2, 3, 4 Das hab ich nie getan 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 4 4 Cool, ok, das läuft, funktioniert so Wir haben jetzt gut gefallen, wir haben sehr viel gelacht, wir haben Tränen gelacht, wir mussten teilweise unterbrechen, weil wir echt fast geheult haben vor Lachen, weil eben der John dabei war und weil ein paar lustige Gestalten am Start waren und es wirklich sauschwer war, sich zu konzentrieren und irgendwie geschockt zu schauen oder Ängstlich oder verstört oder misstrauisch, weil wir waren einfach nur am Lachen bis jetzt